Entscheiden. Entscheiden heißt, eine von mehreren Möglichkeiten zu wählen. Entscheiden kann auch sein, dass man einen Streitfall, einen Zweifelsfall in eine Richtung löst. Entscheiden heißt auch, zwischen mehreren Personen, Gegenständen und Begriffen zu wählen. Entscheiden kommt von scheiden, trennen und weggehen. Und wenn man etwas entscheidet, entscheidet man andere Lösungen aus. Spirituelles Entscheiden. Ein Mensch auf dem spirituellen Weg will sich so entscheiden, wie es für den spirituellen Weg gut ist. Und um etwas auf spirituelle Weise zu entscheiden, geht es erstmal darum zu erkennen, was ist ethisch, was ist nicht ethisch. Welche Verantwortung habe ich, was ist meine Pflicht und was ist meine Aufgabe. Und wenn man diese Dinge geklärt hat, dann kann man beten, dann kann man bitten und dann kann man um Führung bitten. Und zum Schluss wird man seine Entscheidung Gott darbringen.